Die Ereignisse überschlagen sich und zwar wurde ein neues Face ID Plus Model veröffentlicht in der Version 2 und das möchte ich euch jetzt gerne mal kurz zeigen. Es ist ein Update Video zum letzten Video, aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und bevor wir anfangen, kommt jetzt erstmal der Disclaimer. An dieser Stelle möchte ich das Video kurz für einen Disclaimer unterbrechen. In diesem Video benutze ich Gesichter von prominenten Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, um die Technik zu demonstrieren. Diese Gesichter sind uns vertraut und bieten daher gute Vergleichsmöglichkeiten. Dies findet im Rahmen der Erforschung und dem Erlernen dieser Technik statt. Generell gilt, benutzt niemals Gesichter von Menschen ohne deren Einverständnis und erzeugt oder verbreitet keine schadhaften Bilder im Internet. Seid euch dabei auch bewusst, dass eure Festplatten oder Online-Storage-Accounts niemals für Hacking sicher sein werden und auch dadurch die Gefahr besteht, dass gefälschte Bilder in Umlauf kommen können. Jeder Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre, ob er in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Daher benutzt diese Techniken nicht für illegale und oder schadhafte Zwecke, sondern nur aus Forschungszwecken und mit dem Einverständnis der betroffenen Personen. So, wie gesagt, es gibt ein neues Model und dafür gehen wir erstmal auf die IP-Adapter-Plus-Github-Seite, weil zu den Nodes sage ich gleich selber was. Allerdings seht ihr jetzt hier unten in der Tabelle, es gibt das Face-ID-Plus-V2-Model. Das könnt ihr euch runterladen. Das kommt in euren Models-IP-Adapter-Folder. Im Conf.UI-Folder natürlich. Wie gesagt, schaut auch das letzte Video zum Thema Face-ID an, was ich rausgebracht habe. Da erkläre ich die Installationen alles. Das hier ist nur so ein On-Top-Update-Video dazu. Also das kommt in den IP-Adapter-Folder. Und es gibt die Plus-V2-Lora. Die kommt natürlich in euren Models-Loras-Folder rein. Und wenn ihr das runtergeladen habt, dann könnt ihr auch direkt ins Conf.UI gehen. Natürlich müsst ihr hier IP-Adapter-Plus auch updaten, um die neue Node zu bekommen. Und die neue Node ist diese hier. Apply-IP-Adapter-Face-ID. Dazu kommen wir aber gleich. Das hier ist die alte Node. Und dazu sei gesagt, bei der alten Node funktioniert das Face-ID-Plus-Model in der V1 nach wie vor. Also die könnt ihr weiterhin verwenden. Auch das, was ich im letzten Video mit dem V1-Model gezeigt habe, ist nach wie vor gültig. Wenn ihr jetzt allerdings das V2-Model benutzen wollt, was ich hier oben schon eingebunden habe, im Load-IP-Adapter, dann müsst ihr hier diesen Haken von Face-ID-V2 von False of True setzen. False wäre V1, True ist V2. Und wir haben hier zusätzlich noch eine Gewichtung bekommen, ein Weight für die V2-Variante. Und das ist auch einer der Unterschiede. Also wir können jetzt diese Face-ID-Model gewichten. Ich muss dazu sagen, wenn man sich rein an Gesichtern halten will und möglichst original bleiben will, finde ich eins immer noch am besten hier an der Stelle. Ihr könnt aber auch runtergehen mit dem Weight und dadurch beeinflussen, wie viel vom Original-Gesicht übernommen werden soll. Zusätzlich habe ich hier natürlich noch die Plus V2-Lora eingebunden, wo ich eben sagte, die müsst ihr euch runterladen. Und was sich sonst noch geändert hat, ist, dass das V2-Model ein bisschen smarter geworden ist als das V1-Model. Das heißt, wir brauchen diese Prepare-Image-For-Inside-Face-Note nicht zwangsläufig. Es schadet nicht, die trotzdem noch zu verwenden. Allerdings ist das Model smarter geworden, wenn es darum geht, Gesichter zu erkennen. Und ich habe jetzt hier mal schon ein Bild generiert. Das benutzt einzig und allein das Plus V2-Model. Und das ist dann das, was wir da rauskriegen mit einer vollen Weight. Ich bin ja auch nicht mal unter Channel Penalty unterwegs, sondern auf Original. Ich habe heute Morgen ein bisschen rumgetestet und die Werte fand ich bis dato am besten. Das ist das, was wir herauskriegen. Nach wie vor finde ich es persönlich noch immer besser, ein zweites IP-Adapter-Model aus dem Phase-Bereich hinzuzuziehen. Und bei V1 waren wir ja mit dem Plus-Phase unterwegs, dieses hier. Für V2 finde ich Full-Phase tatsächlich etwas schöner. Und auch hier habe ich eine Weight von 0,6 nur eingegeben. Und wenn wir das Ganze mal jetzt in unsere Pipeline reinschicken, also ich gehe aus dem Plus V2-Model runter in das Full-Phase-Model und von da aus in die Lora und dann in die Sampler. Das lasse ich mal laufen. Dann kriegen wir nämlich wieder sehr originalgetreue Gesichts-Renderings. Gucken, was er hier oben macht. Der Workflow ist auch noch derselbe wie im vorigen Video. Da habe ich nicht viel geändert, außer das, was ich jetzt eben hier erklärt habe, die Note ausgetauscht und so. Ja, und hier sehen wir, dass es sehr, sehr gute Gesichter erzeugt. So, wenn wir jetzt mit dem Weight ein bisschen runtergehen hier an der Stelle, sagen wir einfach mal 0,5. Dann sollten wir schon sehen, dass es sich vom Original-Gesicht entfernt. Das V1-Model war nicht so, das hat nicht so angesprochen auf Gewichtsveränderungen. Das ist beim V2 jetzt anders. So, es ist, na, es ist ähnlich, ne? Sind wir mal ehrlich, es ist ähnlich, aber ob ich da Sigourney Weaver noch daraus erkennen würde, weiß ich nicht. So. Auf jeden Fall, das funktioniert schon ziemlich gut hier auf 1.1. Die Bilder sind, wenn man die mal so rendern lässt, allerdings immer ziemlich ähnlich. So vom Aufbau her. Weil sich natürlich alles an dieser Gesichtsposition orientiert. Wir gucken mal eben nur hier oben die Previews uns an. Wenn ich da ein bisschen mit dem Seed rumspiele. Die sehen alle ziemlich ähnlich aus. Ich habe bemerkt, das lässt sich ein bisschen beeinflussen, wenn wir hier im zweiten IP-Adapter, der mit dem Full-Face, ich ziehe das mal hier rüber, damit man es besser sieht, mit dem Full-Face-Model, hier ein bisschen Timestepping einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der soll erst ab 30% starten und das Ganze dann mal laufen lasse. Dann sehen wir, dass wir hier schon ein bisschen mehr Dynamik in den Körperhalterungen bekommen. Also, der reine Shot des Bildes wirkt ein bisschen dynamischer. Obwohl das Gesicht aber nach wie vor ziemlich gut am Original dran bleibt. So, das war eine Sache, die ich heute Morgen ein bisschen herausgefunden habe beim einfachen Rumexperimentieren an der Stelle. Und noch eine andere Sache war, lassen wir ihn auch nochmal eben durchrendern. Ja, das Gesicht ist schon nach wie vor ziemlich gut am Original, aber die Bilder werden ein Stück dynamischer hier. So, ne, so ein bisschen seitlichere Körperhaltung und so, wenn man das auf Null lässt hier, dann bleibt es eigentlich ziemlich starr, hatte ich so den Eindruck. So, für das nächste, was ich euch zeigen wollte, müssen wir einmal den Sampler ausschalten hier vorne. Als Referenz lade ich jetzt mal Meryl Streep rein. Und wir müssen einmal gucken, dass wir sie gecropped kriegen. So, eben mal kurz gucken, dass wir das hier alles ein bisschen schön positioniert kriegen. So, das Face-Model braucht nach wie vor das Gesicht. Und noch ein bisschen, ein bisschen mehr Gesicht geben. So, und hier oben brauchen wir das ganze Gesicht. Das drücke ich hier erstmal wieder auf Nullwerte. Und von da aus tasten wir uns ran. So. Jetzt haben wir es ganz gut. Machen das hier wieder aus. Schalten unseren Sampler wieder an. Und lassen das einmal durch die Pipeline jagen. Ich habe nämlich auch ein bisschen rumprobiert, wie man es schaffen könnte, ein wenig am Prompting zu ändern. Weil, ähm, bisher habe ich den Eindruck, dass es sich sehr starr an den Originalbildern, die man reinschickt, verhält. Und deswegen, ähm, aber auch hier haben wir eine wunderschöne Meryl Streep bekommen. In einem Raumanzug. Wenn wir jetzt allerdings sagen wollen, wir möchten hier ein bisschen rote Haare verpassen. Hier Old Red Haired Woman. Wir lassen das Ganze nochmal laufen. Dann sehen wir hier schon im Preview, dass sich eigentlich nicht viel an den Haaren tut. Und da habe ich bemerkt, dass es ganz gut ist, wenn wir hier ein bisschen auch mit Timestepping rumspielen. Wenn wir hier zum Beispiel mal sagen, wir wollen bei 25% erst anfangen, das V2 Model einzusetzen. Und von mir aus auch hier ab 25% anfangen, den, äh, Fullface, oder das Fullface Model anzusetzen. Und das lassen wir mal losjagen. Na, das war vielleicht zu wenig. Obwohl, nein. Tut sich noch nicht viel, weil, ich habe auch bemerkt, dass, wenn wir dem Ganzen ein bisschen mehr Weight geben hier, dass wir uns dann schon so leicht in die richtigen Richtungen bewegen. Und vielleicht können wir hier unten sogar noch das Timestepping ein bisschen weiter nach hinten schieben. 0,3 wollte ich haben. Und hier oben vielleicht auch 0,3. Ne, dann seht ihr schon, es geht jetzt so langsam in den Bereich rötliche Haare rein. Aber nicht viel. Aber wir haben trotzdem so leicht die Chance, ähm, hier in die Bildgenerierung mit einzugreifen. Und das ist noch was, was ich denke, auch ein kleines Problem an der Stelle hier. Wir haben halt einfach super viele Hebel, an denen wir schrauben können. Es kommt einerseits darauf an, welches Input-Bild ihr gebt. Dann kommt es darauf an, welche Face-Kombinationen ihr mit welchen Stärken verseht. Ne, wie zum Beispiel hier unten. Das habe ich ja nur mit 0,6, ähm, angegeben. Da kann man auch hochdrehen, runterdrehen, wie auch immer. Wir können die Models auswählen. Wir können die Stärken verändern. Wir können die Stärke der Lora verändern. Wir können die Gewichtung dann der Prompts verändern, um so leicht in die Bildgenerierung einzugreifen. Und das ist einfach was. Das kommt halt auch wirklich auf das Bild an, was ihr reinschickt. Aber das sind so die Stellhebel, die man benutzen kann, um, ja, sich ranzutasten an das Ergebnis, was man haben möchte. Und das ist das, was ich heute Morgen schon so beim Kaffee rausgefunden habe. Aber wichtig ist eigentlich, ähm, es gibt jetzt Face-Model V2. Das können wir verwenden. Wir nehmen dafür diese Node hier. Wir nehmen dafür diese Lora. Und dann ist es eigentlich wie gehabt zum Face-ID V1. Außer, dass wir noch mehr Einstellungsmöglichkeiten haben, die wir verwenden können. Ja, also, ähm, ich glaube, jedes Model hat so ein bisschen seine, seine Höhen und Tiefen. Es kommt auf das Gesicht an, was man reinschickt. Es kommt auf das an, was man haben möchte. Aber wir kriegen hier eine Menge an Werkzeugen an die Hand gesetzt, um uns in den Bereich zu bewegen. Und hier sieht man auch ganz gut, dass dank des Time-Steppings wir uns von den Haaren her ein bisschen vom Original entfernt haben. Da würde ich einfach sagen, das liegt ein bisschen an euch, wie ihr diese Hebel, je nachdem, was ihr reinschickt und was ihr wieder raushaben wollt, dann betätigt. Ja, äh, kurzes Update-Video. Ladet euch die Models runter, updatet euren IP-Adapter. Und da jetzt gerade Silvester ist, wo ich dieses Video aufnehme, wünsche ich euch entweder, na, weiß nicht, ob ich einen guten Rutsch, ob ich das noch hinkriege, sonst nachträglich einen guten Rutsch. Ansonsten frohes neues Jahr und ich bin gespannt, was uns 2024 noch bringen wird. Also, macht es gut, liebe Leute. Bis dann und tschüss. Bis dann, bis dann.